Guten Morgen, fängt ja gut an. Wir spielen SCP-Whatever, mir egal. Es ist 3 Uhr nachts, ich habe alles ausgemacht. Ich hoffe, ich wecke meine Nachbarn nicht. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit am Anfang des Spiels, aber habe ich wohl nicht. Das hier ist irgendein Spiel, wo man laufen muss und ich weiß nicht warum, aber scheinbar sind wir diesmal keine Frau. Es sei denn, es ist so eine Frau mit diesmal schwere Schuhe zu tragen. Ich hatte so ein bisschen Probleme. Ich muss gucken. Ich hoffe, es geht alles mit der Aufnahme. Aber das ist nicht wichtig. Es hat einfach nur alles hingestreckt. Das heißt, dass es noch später wurde. Hä? Was muss ich machen? Es wird nicht gesagt. Hallo? Muss ich weiter runter? Wartet kurz. Bin ich da nicht hingekommen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oder hat er es geladen? Ich verstehe die Geschichte auch nicht von dem Spiel. Alles fing damit an, dass es ja so ein Spiel gab, wo man ganz weit runter gehen musste in so einer Bohrinsel oder Öl oder irgendetwas. Und das war schon seltsam, weil... Warum machst du das? Eine Mutprobe? Was bringt eine Mutprobe ohne... Oh mein Gott, das ist eklig. Ohne Licht. Äh, ich meine ohne Videoaufnahme oder irgendjemand, der mitkommt und das sieht. Nicht wahr? Nicht wahr? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und hier auch. Oh mein Gott. Äh, scheinbar war da gerade ein Auto vor mir und das ist losgefahren. Ich habe nur dieses hier ausgesucht, das mal zu spielen, weil das allererste, was es gab, habe ich mir schon einmal angeguckt. Äh, das war nicht so ein bisschen lame. Das war eher für Psyche. Und hier soll es zufalls... What the fuck? Wie soll es zufallsgeneriert sein? Ähm, was passiert? Acht. Wir zählen einfach ein bisschen runter. Ich würde so laufen, würde ich hier irgendwie runter müssen. Ich würde laufen, 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 bis ich irgendwo, ähm, irgendwie in Sicherheit... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so eklig. Dunkle Sachen. Und... Ja, natürlich. Ich gehe natürlich den Augen entgegen. Of course, natürlich. Warum auch nicht? Macht Sinn. Hallo, äh, ich möchte mit dir spielen, du Monster. Hä? Was war das? Bin ich rumgeswitcht worden? Oh, okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Vielleicht... War ich schuld? Vielleicht spiele ich ja doch eine Frau. Lululu... Ach, schon gut. Okay. Ist das ein Frauenatmen oder ein Männeratmen? Lalalalalalalala... Dunk, dunk. Überall gegenhauen. Aber bei Slender oder sowas gab es ja wenigstens einen Grund... Ne, nicht keinen Grund, aber... Okay, ich höre etwas klopfen. Oh. Nun musst du dich entscheiden. Wollst du links oder willst du nach rechts? Es geht nach rechts. Soll ich mich in den Tod stürzen? Ah. Hilfe. Nein, natürlich nicht. Natürlich wollen wir nicht zu früh sterben, weil wir wollen ja an den Schatz. An den Schatz des Drachen. Und... dieser Schatz ist weiter unten. Boah, aber wir müssen nach unten kommen, indem wir... Ohne das... Ohne zu sterben, weil... Was bringt uns der Schatz, wenn wir tot auf ihm liegen? Aha. Treppen. Ich wäre schon längst runtergefallen, die Treppen jetzt. Ah. Cool. Mein Keller. Wayney. Wo seid ihr? Keiner in meinem Keller. Find ich nicht gut. Da sollte Faxlwummer ein bisschen besser aufpassen. Boah. 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 Na, ist egal. alleine ohne eine waffe ich kann nicht mal licht an machen oder aus machen oh mein gott oh mein oh mein gott 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 rechts ich will weg hier ich will weg nein schon wieder ein alles ist gut ich habe nur eine gänsehaut und ist das wirklich das hinter mir alles dunkel ist ja hinter mir in meinem raum ich sitze nämlich an der wand das heißt hinter mir ist jetzt viel platz und da habe ich angst ich gucke mich mal um meine klamatten oh treppe treppe hier treppe da viele lalala und ich habe mich schon mehr erschrocken als bei anderen oh das war die katze von alice im wunderland ich mochte die nie weil die immer so high war und alle verarscht hat ich bin so schlecht mit der maus und das heißt es ist es ist ähnlich jede war darüber dass jede natürliche zahl oder so was ich bin treppe sagst du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst das